Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Montag, dem 27. August 2018. Ihr hört die Geek Talk Daily 446 und wir sind heute in der IFA-Woche angekommen. Heisst ab Mitte der Woche werde ich dann mit dem Achim direkt hier in der Daily sehr wahrscheinlich zusammen ein bisschen was an News mit an euch herantragen. Und auch sonst gibt es einiges, aber da haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen. Die heutigen Themen sind Windows 8, 200 GB, Apple One, PowerPoint, Microsoft Teams, Apple Pay, Xbox Controller und Fortnite. Microsoft hat nun offiziell bekannt gegeben, wann das nicht immer ganz so beliebte Windows 8 Betriebssystem sein Ende sehen wird. Für mich war es ja ein super System, in dem Sinn, das war mein Wiederinstieg im Bereich Windows, denn es war mal was komplett anderes. Mittlerweile mag ich auch Windows 10 sehr, sehr gerne. Also somit, ich bin damit fein und kann ohne Windows 8 leben. Wer das nicht kann, per 31. Oktober 2018 werden die Annahmen von neuen Apps gestoppt. Das heisst, ab dann nimmt Microsoft keine neuen Apps mehr an. Ab dem 1. Juli 2019 werden keine App-Updates mehr ausgeliefert. Und ab dem 1. Juli 2023 ist es dann endgültig fertig. Das heisst, so lange kann ich mein Surface, was habe ich da, Surface 2 oder RT, irgendwo was das genau war, noch gebrauchen. Ich bin ja mal gespannt. Dann geht es weiter mit. Ich denke mal, von unseren Hörern ein paar nicht wirklich viele. Leider, das könnte eigentlich auch Schule machen und dann auch bei uns ankommen. Denn ja, kostenlos 5 GB, das ist ein ziemlich, ziemlich weit cooles neues Feature, das ich mir schon lange gewünscht habe. Es klingt nach Sisyphus, ist aber genial. Siri, turn on the flashlight. Ganz einfach. Ich hoffe, es ist nicht losgegangen bei euch. Aber allzu viele Beta-Nutzer werden wir sicherlich nicht unter den Hörern haben. Auf jeden Fall könnt ihr die Taschenlampe eures geliebten iPhones über Siri aktivieren. Das ist besonders dann praktisch für mich als Familienmensch, der irgendwann in der Nacht wickelt oder sonst was macht und dann einfach ein bisschen Licht kann oder mag, wie auch immer, und einfach dem Sprachassistenten der Wahl die Aufgabe dazu stellt. Immer in der Hoffnung natürlich, dass das iPhone richtig rum da liegt, sonst scheint es natürlich auf den Untergrund. Aber ja, per September diesen Jahres könnt ihr euch wieder einen seltenen App dann von den knapp, was waren es, 200 hergestellten Exemplaren gibt es aktuell nur noch als Liebhaberobjekte rum sind. Damals verkauft für 666,66 Dollar und ja, mittlerweile geht er ab irgendwie um die 300.000 Dollar über die Bühne. Das Startgebot liegt bei 50.000 und eben die letzten Gebote, die so gemacht wurden, lagen bei diesen Ominösen, was heisst Ominösen, bei diesen 300.000 Dollar. Also der Besitzer von dem kann sich nachher glücklich schätzen, zum einen und natürlich auch der Verkäufer, der hat ein bisschen was Geld auf der Seite. Microsoft und Android, das ist ja nicht unbedingt eine Liebe, die da so stattfindet. Die meistverkauften Apps im Play Store sind von Google selber, die sind so um die 100 Millionen Downloads und da gehören Google Slides unter anderem dazu. Das wurde jetzt überholt und nämlich von Excel und PowerPoint aus dem Hause Microsoft. Die haben beide die 500 Millionen Download-Marke überschritten und ja, somit herrscht wieder mal ein bisschen Ordnung im Play Store, kann man fast sagen. Ja, mal schauen, ob es Microsoft auch schafft, an die Kundschaft, die das Ganze ja kostenlos nutzen kann, wenn unter 10 Zoll, und das werden meistens Smartphone und Fablets der Fall, ja, dass sie da es auch schafft, das eine oder andere Office 365 Abo mit zu verkaufen, ansonsten macht das ja dann weniger Sinn. Aber weiter geht es auch mit einem Microsoft-Produkt und nämlich Microsoft Teams. Begonnen mit nur für Firmen und Studenten, mittlerweile hat sich das jetzt geöffnet, dann hieß es, es soll Skype for Business ersetzen. Das hat natürlich einige verärgert, die vor allem auf die ganzen Funktionen von Skype for Business setzen. Microsoft hat jetzt verlauten lassen, dass mit dem neuesten Update das Ganze, ja, dahinfällig ist. Denn die ganzen Features, die Skype for Business bietet, die findet man jetzt auch in Teams drin. Eigentlich mal ein perfekter Zeitpunkt, um das Ganze auch auszuprobieren. Schliesslich sind über 200.000 Organisationen, die diese App oder diesen Dienst nutzen. Nutzt ihr Microsoft Teams? Wenn ja, lasst uns doch mal wissen, wie das Ganze funktioniert bei euch. Würde mich schon ein Wunder nehmen. Mal schauen, vielleicht nach der IFA, sicherlich nicht mehr vorher. Apple Pay, der Start in Deutschland wurde ja angekündigt im Anschluss an die letzten Quartalszahlen von Apple later this year. Jetzt verdichten sich die Gerüchte und natürlich auch Wünsche von allen deutschen Apple-Nutzern, die das nutzen möchten, dass das Ganze gekoppelt an iOS 12 kommt. Wäre natürlich schön, wenn Apple mit iOS 12 dem Start auch das eine oder andere Land, unter anderem natürlich auch Deutschland und vielleicht für uns und andere Länder ein paar mehr Bankenpartner präsentieren könnten. Weil, ja, die könnten wir gut gebrauchen. Wer unter Android auf dem Tablet oder auf dem Smartphone gerne Spiele spielt, der hat sich sicherlich schon das eine oder andere Mal einen guten und tollen Controller gewünscht. Einen solchen gibt es ja von Microsoft, die Xbox-Controller. Und mit der neuesten Android-Version, Android Pie, werden die vollkommen unterstützt. Tolle Neuigkeiten. Jetzt weiss ich, wie ich meine, weiterhin gebrauchen kann ohne Xbox. Ja, macht dann darauf wieder Spass. Ich werde das mal ausprobieren. Wahrscheinlich werde ich nicht gleich Fortnite darauf spielen, denn da gab es bei Microsoft, äh, bei Microsoft, bei Google ein kleines Problem. Oder nie, bei Epic Games gab es natürlich das Problem. Denn das Ganze wurde ja nicht offiziell über den Play Store eingeräumt. Die Beta-Phase hat gestartet, indem ihr über einen, ja, über Drittwege Apps ein App installieren habt müssen. Eine Fortnite-Beta-Installations-App. Und da hat Google jetzt herausgefunden, dass die in der ersten Version ziemlich hässlich war. Die hatte nämlich eine böse Sicherheitslücke drin, so dass, wenn es jemand darauf abgesehen hätte, euer Smartphone hätte komplett übernehmen können, eure Daten und so weiter. Ziemlich, ziemlich unschön. Google hat das natürlich sofort auch am 15. August mit dem Online-Stellen an Fortnite gemeldet. Die haben ein Update rausgehauen. Hat noch nicht jeder installiert. Google hat sich dennoch gesehen, das Ganze, ja, wie soll ich sagen, in die Öffentlichkeit tragen zu müssen. Sicherlich auch zu Recht, weil, ähm, Software installieren aus dritten Quellen ist nicht immer das Idealste. Und vor allem ganz unschön ist, nicht, ähm, den Weg, das Ganze abzustellen, dass ihr Apps darüber installieren könnt, hat nichts genützt. Ihr müsst also den Patch von, ähm, dem Fortnite-Installer installieren, der die Sicherheitslücke wieder dichtet. Und das ist ja das grosse Problem, was diese Drittschnittstelle so anbietet. Also, wer da zugehört hat, sich das Ganze installiert hat, sollte da den Patch-Update einspielen, weil, ja, sonst habt ihr ein kleines, offenes Telefon. Und das möchte man ja eigentlich grundsätzlich nicht. Das waren es, die Neuigkeiten, die ich mir über das Wochenende habe zusammenkratzen können. Ich freue mich schon auf morgen und Mittwoch bin ich ja dann schon in Berlin. Und, ja, euch einen guten Start in den Tag, in die Woche. Einen erfolgreichen Tag. Und, ja, wir hören uns am Dienstag wieder, sofern ihr mögt. Euer Pogipsi. Bis dann. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.